Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Der erste Char von mir hat seinen, beziehungsweise schon zwei, haben den Weg nach Blackmoor gefunden. Und zwar einmal mein Holy Priester, der hieß hier mal Dalloron, muss sich umbenennen. Einmal kurz Namen recycelt, der heißt jetzt Thorsan. Und auch mein Schamane, Hila hat jetzt auch den Weg dahin gefunden, muss sich aber auch benennen, der heißt jetzt Tokuan. Im Moment ist immer noch Zeitwanderung und die letzten Zeitwanderungs-Dungeons, in denen ich war, waren tatsächlich auch ein bisschen happiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass der Tank nicht immer wusste, was er getan hat. Aber die letzten, die ich schon heilen musste, da kamst du schon auf deine Kosten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt abläuft. Hör auf dich so zu drehen, als hättest du keine Ahnung was. Hör auf dich anzukotzen. Und ich dachte immer, Naturmenschen, äh gut, Mensch ist das nicht mehr, Natur sei freundlich. Du hast ja erst mal angekotzt und alles. Du hast ja erst mal angekotzt und alles. Ja, ganz kurz. Den Dungeon, den habe ich auch nur ein einziges Mal so gespielt, deswegen würde ich mich jetzt noch nicht so als der Top-Experte einschufen, aber das ging schon. Und schauen wir mal, wie das mit der Gruppe läuft. Keine Sorge, Junge, ich hab dich schon. Ich bin die Art von Heiler, die sich nicht so schnell von sinkenden Gesundheitsbalken beeindrucken lässt. Aber da kommt schon ein bisschen was rein, ne? Also wenn er nur ein bisschen mehr wird, dann heute mal die Möglichkeit so zu zeigen, was wir so wirklich drauf haben. Natursam. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Gut, ist jetzt natürlich Zeitwanderung und mit anderen Szenarien sage ich jetzt mal so nicht. Aber meinetwegen, ich nehme, was ich kriegen kann. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen schon gang und langweilig. Okay. Okay. Der braucht den. Der braucht den eventuell gleich. Oh, super. Ah, gut. Jetzt geht es wieder. Alter, hör mal auf mich die ganze Zeit hier in Stille zu packen. Geht doch. So will ich das sehen. Was habe ich denn? Mana-Brötchen. Ja, das war doch mal eins. Loaded and ready. Stimmt, der erste Reihe so mit da oben. Die muss zuerst etwas. Das war das. Ich mache das. Sollen wir den wecken oder die? Sollen wir den wecken? Sollen wir den wecken? So, da ist er, der Erste. Wir kommen rein. Sollen wir den wecken? 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 Dass er erwacht ist, ist Sinn der Aktion. Sollen wir den wecken? Sollen wir den wecken? Ja, die muss gut gewässert werden. Sollen wir den wecken? 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 wecken? Sollen wir den 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 wecken? ok fällen war den baum geht doch ich habe bessere handschuhe auch wenn die unzerstörbar sind die liegen die anderen sind einfach besser so Nein! Alter, übertreibe doch nicht! Okay, einer ist mir verreckt. Das nehme ich jetzt persönlich. Ich hole ihn da jetzt einfach raus. Ich dachte schon, von da hinten kommen jetzt noch mehr, ey. Ich hole ihn da jetzt einfach raus. Den einen Toten nehme ich persönlich. Okay. Das war's für heute. Wenn ich schon dabei bin, können wir den Kräutergarten hier auch gleich pflücken. Das war's für heute. Aber dass da schon gerade noch einer war, hat er gemerkt. Na, Junge, bist du eigentlich... Ist der behindert oder so? Ja, jetzt hat der Erste schon keinen Bock mehr. Wen wundert's? Habe ich aber auch irgendwann mal die Schnauze voll da. Weißt du, erst hier alles pullen und dann sich verpissen, ey. Das sind mir die Liebsten. Ich hoffe, der bewegt sich. Ich hoffe, dass ich nicht mehr schnauze. Ich hoffe, dass ich nicht mehr schnauze, wenn ich nicht mehr schnauze. Ich such mal Ersatz. Und schon da, sehr gut. Na ja gut, die Törtchen kommt von dem anderen. Okay, abputzen und weiter. Den schmeißen wir auch noch rum. Aber der sieht doch so, dass er schon Probleme hat, die anderen unter Kontrolle zu kriegen. Da muss er nicht nur zwei, drei Mobs auf einmal nehmen. Ich will hier echt nicht zum Angeber werden, aber ich habe den gestern besser gechankt. Und das, obwohl ich noch nicht mal hier tank meine Main Disziplin ist. Naja. Ich weiß, dass einer von den drei ein Arschloch war. Okay. Wer von euch ist das Arschloch? Wasserblitz. Sag ich doch. Es gibt ein Arschloch hier. Und was für eins. Wozu. Ich kann es auch wieder erklären. Und was soll ich nicht mehr machen? Ich kann es nur noch tun. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Und das? Das ist was. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann aber es nicht mehr aufnehmen. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Und das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin jetzt zwar mittendrin, ist mir aber gerade ziemlich egal. Komm ruhig mal näher, dann habe ich euch hier besser im Radius so ungefähr. Ich habe kein Ziel. So, die müssen jetzt weg, Mädels. So, die müssen weg, Mädels. So, die müssen weg, Mädels. Okay, von der weiß ich, dass ich glaube, ich den Wald abfackeln will. Okay, dann bleib ich mal hier. Hier ist schön. Das ist mit dem Sprengen geklappt, würde man sagen, ja. Ich ziehe mal ein bisschen rein. Ich wollte das ja beim ersten Mal, als ich hier durch bin, nicht glauben als Tank. Aber man kann hier einem anscheinend nach drüber springen. Ich wollte doch mal vor Zahn. Komm, ich sag, dass die Magierin ins Gras beißt. Verbrennt mich, anders sind sie nicht aufzuhalten. Finale. 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 Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Okay. Jetzt geht's rund. Jetzt wird mir leid, du musst jetzt dieses 10 Meter hohe etwas tanken, tank. Nicht in meiner Gegenwart. Oh, ich schlag sie klein. Wäre aber gut, das mal vorher gewusst zu haben. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Äh, nee, dann noch nicht. Wir sind verloren. Sie treibt uns zurück! Achtung! Jetzt! Okay, das war jetzt nicht, was ich wollte, Apotheose, aber machen wir was draus. Jetzt schenke ich noch eine zweite, was mich hier wäre los. Wenn schon, denn schon! Wir sind verloren. Sie treibt uns zurück! Ich habe kein Ziel. Ja, war schon irgendwo happig. Liebe, liebe Spieler, benutzt bitte trotzdem weiter euer Köpfchen. Ihr habt gesehen, wie schnell das umschlagen kann. Auf einmal kriegen vier Spieler heavy damage. Und du als Heiler stehst halt da und kannst, muss halt quasi zusehen, wie einer stirbt. So war es gerade mal bei mir. Ähm, ja, hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht. Ein bisschen Zeit habe ich für die Zeitwanderungsdienst noch. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall noch eine Revanche gönnen. Aber das machen wir erst in der nächsten Runde. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.